Bist du verheiratet, Zeni? Einst. Doch nicht mehr. Tut mir leid. Ich wollte keine Narben aufreißen. Mein Weib würde mich dafür schimpfen, wäre sie hier. Sie ging durch die Halle der vollständigen Wahrheit, ganz sicher. Aber wieso ist sie nicht bei mir? Selbst das verdammte Rennritual hat nicht geklappt. Du sprachst ihren wahren Namen. Soll ich akzeptieren, dass ich sie nie wieder sehe? Eure Seelen vereint. Unvermindert und unbeschadet. Bis in Rees Ewigkeit. Ich verspreche es. Vielleicht die Chronik des Tores? Darin wird jeder erfasst. Aber es ist eine verbotene Schrift. Sie liegt schwer bewacht in der Halle der Namen. Wenn deine Frau dort ist, bringe ich euch wieder zusammen. Nimm dieses Andenken. Sie kennt es. Mögest du endlosen Segen erfahren, Bruder. Das Brot, den Weihrauch. Ich habe es alles. Aber das Ritual hat nichts bewirkt. Das Brot, den Weihrauch. Das Brot, den Weihrauch. Wow. Hey! Damn your pennies. Oh. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Was ist das? Ja? Komm! 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 Oh 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 Ich muss eine Feuerschale für Hetz Spruch finden Oh Oh Diese Zone ist tabu Oh 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 Ah! UNTERTITELUNG Der Renn ist in den Diener von Anubis geflohen. Ich muss ihn befreien. Oh! 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 Du gabst ihr Frieden. Sie war für Jahrtausende mein Schwert. Doch alle werden vereinigt, wenn die Pflicht getan ist. Und so soll es auch für dich sein. Pfesta!